Hallo Freunde, heute gibt es wieder ein Sketch mit Helga und Gerd. Viel Spaß dabei. Gerd, dein Auto ist kaputt. Was sagst du, das Auto ist kaputt? Da ist Wasser im Vergaser. Spinnst du, Wasser im Vergaser? Du weißt doch gar nicht, was ein Vergaser ist. Was ist denn mit dem Auto? Wo ist denn das? Bei den Nachbarn im Swimmingpool. Das war wieder Helga und Gerd. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Abonniert mich, liked mich, guckt euch noch ein paar Sketche an oder ein Karaoke-Video. Wir sehen uns nächsten Samstag, 15 Uhr. Tschüss.